Du hast gerade dein Arbeitsverhältnis gekündigt oder wurdest gekündigt und hast so gar keinen Bock zur Arbeit zu gehen und denkst, mach ich doch mal krank. Ist das eigentlich gefährlich? Das erkläre ich dir in diesem Video. Hallo, mein Name ist Nicole Mutschke. Ich bin Rechtsanwältin und auch Fachanwältin für Arbeitsrecht. Das heißt, eine Konstellation, die ich sehr, sehr gut kenne von Arbeitgeber- und auch von Arbeitnehmerseite, ist die Frage, kann denn der Arbeitnehmer einfach jetzt zu Hause bleiben und auf krank machen, bloß weil die Kündigung ausgesprochen ist oder hey, ich gehe da ohnehin seit Monaten mit Bauchschmerzen hin, da habe ich überhaupt gar keinen Bock mehr drauf, jetzt bin ich gekündigt oder habe selber gekündigt, kann ich mich nicht krank schreiben lassen, dass ich da nicht mehr hin muss. Diese Konstellation, die gibt es, ich glaube, solange es Arbeitgeber und Arbeitnehmer gibt und ich sage mal, haben wir selber auch schon öfter, dass wir sozusagen auf der einen oder anderen Seite dann beraten. Und die Situation mag ein bisschen unschön sein, rechtlich ist sie ziemlich klar. Denn tatsächlich ist es so, dass der Arbeitnehmer natürlich weiter, solange das Arbeitsverhältnis besteht, seine arbeitsvertraglichen Pflichten einhalten muss. Das heißt, wenn er nicht krank ist, muss er zur Arbeit gehen. Wenn er krank ist, dann sollte er in seinen Arbeitsvertrag gucken, muss er möglicherweise eine offizielle Krankschreibung vom Arzt, also eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung vorlegen. Wenn das im Arbeitsvertrag festgelegt ist, das ist häufig so, dass man nicht nur erst ab dem dritten Tag das muss, sondern schon ab dem ersten Tag, ja dann muss er das tatsächlich auch tun. Aber ist das der Fall? Also sprich, habt ihr eine AU vom Arzt als Arbeitnehmer, dann, liebe Arbeitgeber, jetzt müsst ihr ganz tapfer sein, kann man fast nichts machen als Arbeitgeber. Denn natürlich so eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung von einem Arzt, die ist schon ein Pfund, also da muss man erstmal als Arbeitgeber gegen anstinken und das ist mega schwierig. Es ist nicht ausgeschlossen. Ihr kennt sicher die Fälle, die irgendwie so auch durch die Öffentlichkeit gegangen sind, bei irgendwelchen Dschungel-Camps, wo dann jemand krankgeschrieben war und eigentlich in Australien, ja sagen wir mal Urlaub gemacht, weiß ich jetzt nicht, aber ihr wisst, was ich meine. Das ist natürlich dann so ein Punkt, wo es kritisch wird, wo man zwar sagt, man hat eine AU, aber möglicherweise die Umstände ja doch irgendwie belegen, dass man gar nicht krank war. Dann wird es kritisch, aber ansonsten wird es für den Arbeitgeber sehr, sehr schwierig. Also sprich, wie soll er denn belegen, dass ihr nicht krank seid? Es gibt einen Arzt, also der natürlich viel, viel qualifizierter ist als der Arbeitgeber im Zweifel, was medizinische Belange angeht und der hält euch für krank. Der hat eine Krankschreibung geschrieben, also richtig viel passieren kann da nicht. Ihr wisst nur, je nachdem wie lange das Arbeitsverhältnis noch geht, sechs Wochen gibt es Entgeltfortzahlung nach dem Gesetz für dieselbe Krankheit. Vielleicht ein wichtiger Tipp, wenn es danach sechs Wochen eine andere ist, ist der Arbeitgeber wieder am Fliegenfänger. Ja, lieber Arbeitgeber, es gibt böse Tricks auch bei Arbeitnehmerseiten. Ja, und auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, irgendwann ist das Arbeitsverhältnis dann zu Ende und das Zeugnis kommt noch. Ja, da ist dann häufig die große Stunde der Arbeitgeber, denn ich sag mal, auch da gibt es Rechtsprechung. Ich will jetzt nicht darauf so groß eingehen, aber ich sag mal, im Mittelfeld liegt die Wahrheit. Alles, was besser ist, im Grundsatz muss der Arbeitgeber, muss der Arbeitnehmer natürlich, sorry, beweisen und alles, was schlechter ist, der Arbeitgeber. Aber im Mittelfeld möchten die wenigsten Arbeitnehmer liegen und da, da sollte man vielleicht dran denken, wenn man sich sehr, sehr lange krankschreiben lässt. Also in diesem Sinne, man trifft sich immer zweimal im Leben. Ich hoffe, dass ihr euch mit eurem Arbeitgeber super versteht und ihr, lieber Arbeitgeber, so unglaublich zufrieden mit euren Arbeitnehmern seid, dass das alles nur ein Infovideo ist und ihr euch einfach gerne noch alle weiteren Videos anguckt, die ich zum Beispiel auch heute zum Arbeitsrecht noch mache. In diesem Sinne, wir sehen uns im nächsten Video.